Untertitelung. BR 2018 Ja, hallo von unserem Fanfest hier in Bochum. Alles Gute für unsere Damen. Und wir feiern unsere Sommermädchen. Das wird unser Sommermärchen. Ja, denn unsere Supermädchen, die... Wir wünschen euch viel Glück bei der WM. Weltmeister, endlich wieder Weltmeister. Endlich Weltmeister. Football's coming home. Ich wünsche der FIFA-Frauen-WM ein schönes Spiel. Okay, also jetzt können wir noch mal die Papas ins Spiel, nachdem unsere beiden Kiddies schon da waren. Ja, liebe Sylvie, liebe Birgit. Und liebe Annike Kran aus Bochum. Ja, und dem ganzen Team natürlich der Frauen-Weltmeisterschaft. Toi, toi, toi. Und wir feiern unsere Sommermädchen. Das wird unser Sommermärchen. Ja, denn unsere Supermädchen, die holen den Pokal. Und dann werden wir wählen. Ich wünsche der Fußball-Frauen-WM oder unserer Frauen-Mannschaft wirklich alles, alles erdenklich Gute, dass sie es rocken. Ich meine, zweimal Weltmeister und siebenmal Europameister. Das muss man erst mal nachmachen. Die haben sehr viel Talent und ich glaube, die sind unheimlich stark. Und ich hoffe, wir rocken das. Und jetzt möchte ich Bochum hören. Hier ist Kim Wollein. Ja, ich befinde mich hier im Ruhrkongress in Bochum. Da ist ja die deutsche Frauennationalmannschaft leider nicht vorbeigekommen. Aber trotzdem war es hier in Bochum richtig toll. Ich grüße die deutsche Frauennationalmannschaft. Ja, auch ich wünsche der deutschen Frauennationalmannschaft viel Glück für die kommenden Turnierspiele. Und ich drücke der deutschen Mannschaft ganz, ganz feste die Daumen. Annike Kran als Gewächs aus Bochum wird mit dabei sein. Endlich ist es nun so weit und wir freuen uns auf die Zeit. Auf die besten Frauen der ganzen Welt. Und die ganze Welt schaut hin. Toi, toi, toi. Yeah, yeah, yeah. Die deutschen Gebäude. Unsere Sommermädchen. Das wird unser Sommermärchen. Ja, denn unsere Supermädchen. Die holen den Pokal. Und dann werden wir Weltmeister. Endlich wieder Weltmeister. Endlich Weltmeister. Endlich Weltmeister.